hitradio ffh sucht hessens next topwitz ein aufgeregter mann kommt kommt in der polizeistation und dann guckt er den polizisten und sagt der wachtmeister wachtmeister ich muss melden meine schwiegermutter wird vermisst dann sagt der polizist ja guter mann seit wann denn dann sagt er seit vier wochen dann sagt der polizist ja und dann kommen sie jetzt erst sagt er ja gut so was kann man ja in der erste freude auf vergessen in der erste freude hessens next topwitz jeden morgen bei hitradio ffh und was ist dein lieblingswitz schicken uns per whatsapp sprachnachricht 069 19 72 5